Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Witcher 3. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich viel mehr umsonst. Ich würde mich mega freuen, sodass ihr nicht dazu entscheiden solltet. Wie ich finde Gwent? Ich hab dir schon alles beigebracht. Gwent! Gwent? Jemals gespielt? Falls du wissen willst, ob ich mit dir spielen möchte, ist die Antwort einfach... Nein! Angst, Hase. Angst zu verlieren? Kann ich verstehen. Na schön. Raus mit deinen Karten. Wenn du gewinnst, kriegst du mein Prunkstück. Nein! Das hab ich noch getan. Ich hab aus der Seen A gedrückt. Das war so dumm. Wir hatten eine Finte. Das war so gut. Das war so dumm. Was? Wie dumm ist der denn? Na gut, meinetwegen. Das war so dumm. Na gut, kann er machen. Ich glaube, ich habe so viele Karten, das würde nicht so viel bringen. Im Endeffekt kann ich aktiv lassen, weil er hindert mich eh nicht bei allem, was ich tue. Es hindert ihn mehr als mich, weil ich habe gar keine Fernkämpfer. Hahaha, ist der dumm. Hahaha, oh Mann, ist der dumm. Äh, 30 Punkte abziehen, aber das ist trotzdem noch am besten, hier das zu machen. So, also passen, natürlich. Du hast gewonnen. Ich glaube, du solltest Lugos den Irren herausfordern. Ich möchte wissen, ob er mit dir um seinen Katakhan spielt. Oh, das ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir jetzt noch mehr Leute haben, die wir spielen müssen. Da wird das wohl doch ein Gwynn-Part jetzt hier, bevor wir Ciri befreien. Aber Gwynn muss sein, ihr wisst wie es ist. Gwynn muss sein. Es führt keinen Weg dran vorbei. Ach, hier ist der. Hä? Geh zu deinem Freund Krach, wenn du reden willst. Zwei Clans auf einer Insel. Ist es nicht schwer, Nachbarn zu sein, in solcher Nähe? Ein Nachbar ist jemand, der in der Nähe wohnt. Nicht jemand, der dir die halbe Heimat gestohlen hat. Die Angräte haben unser Land besetzt. In den Tagen von Harald dem Krüppel. Vor drei Jahrhunderten. Das ändert nichts daran, dass sie kein Recht dazu hatten. Ich werde Arz Kellig von Krach und seiner Brut befreien. Reine Neugier. Warum nennt man dich den Irren? Waaaaaah! Darum. Gwynn, kennst du das Spiel? Scheißen Möwen von Klippen? Zeig mal dein Blatt. Wir spielen um meinen Katakarn. Dann zeig mal, was du drauf hast. Das ist ein gutes Blatt. Und er spielt Monster. Wenn der Gegner passt, okay. Das war sehr dumm von dir, wenn ich ehrlich bin. Die ist nicht so wichtig, die Karte. Okay. Erste Runde gewonnen. Das haben wir zwei 15er-Karten und wir gewinnen easy. Wir haben dann endlich die Töten-Karte, also die Nahkampf-Töten-Karte. Oh mein Gott! Das kriegen wir easy mit Gerard gefixt. Der Monster-Schlechter. Der hat viele Karten, wenn er die jetzt noch boostet mit dem Horn. Eieieieiei, dann wird es echt übel. Warum ist Vizimir im Set der Monster? Das ist krass stark. Lagschlechter. G sage einfach. Ich finde das ist krass. Ich finde das BIG hier. Ich finde das Auf CIH und manifesting. Oh, der hat mich gerade gefickt! Im wahrsten Sinne des Wortes hat er mich gerade einfach totale hops genommen. Ich lasse ihn diese Runde gewinnen, weil er nur noch eine Karte hat. Ich gewinne diese Runde, so jetzt hat er keine Karten mehr. War aber eine knappe Runde, ich habe nur gewonnen dank meiner Spione. Ich würde dich gern aufschnitzen, aber dann heißt es, Logos wäre noch irrer. Nimm den Katakalen, verschwinde! Nice! So, auf zum nächsten. Ich habe ein bisschen Angst, dass Krach dann auch noch sagt, ich kenne auch jemanden, mit dem du spielen kannst. Jalma oder so, und dann ist es ja schon ein Kermor hin, oh nee, 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 nee. Schauen wir mal. Mein lieber Krach. Jetzt gibt es aber Krach bei uns in deinem Zimmer, wenn ich gegen dich mag Wind gewinne. Hey, mein Set, mein Karten-Set ist schon echt gut. Das muss man neidlos anerkennen. Gut, ich kann auch mal ein anderes Volk spielen, aber ich bin jetzt einfach so gewöhnt an Neutrische Königreicher. Ist auch vielleicht eine Schwachstelle des Spiels, dass man am Anfang so viele Karten für den Neutrischen Königreicher hat und deswegen so ein bisschen dazu gedrängt wird, dass Sets auch so spielen, weil man damit lernt. Ich will reden. Hast du schon mal Gwind gespielt? Ha! Moisak hat's mir beigebracht und mir einen Kartensatz gegeben. Möchtest du spielen? Lass uns eine kurze Partie spielen. Zwei Spione, eine Wiederbelebungskarte. Wunderbar. Zwar wieder gegen Monster, aber die können aus der Karte ja auch klauen und die wieder einsetzen. Ich überlege gerade, ich kann mit einer Karte gewinnen, ne? Eine einzige Karte und ich gewinne. Na komm. Erste Runde gewonnen mit einer einzigen Karte. Wir haben Spaß gemacht. BAM 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 Das wird ein epischer Sieg. Wartet mal ab. 130 wäre es jetzt 25. Du bist gut. Ist dir das klar, Wolf? Ich habe hier diese seltene Karte. Nimm sie. Du kannst sie besser gebrauchen. Danke. Du könntest einen Mann im Dorf von Keatolder herausfordern. Er ist zwar nur Schneider, aber doch ein würdiger Gegner. Schuster heißt er. Der Mann im Dorf von Keatolder herausfordert. Der Mann im Dorf von Keatolder ist ein Schmerz. Okay, dann spielen wir mal gegen den. War schon nass, als meine Katze geheult hat. Es regnet schon wieder. Hedda! Hüß dich, Weißhaar. Ja, hübsche Narbe. Tag. Das Meer ist glatt heute früh. Als wollten die Götter selbst dem großen Konung Bran Respekt zollen. Bist du ein Schneider? Bin ich. Wohl der einzige auf den Inseln. Du bist doch gut mit der Schere. Kannst du mir die Haare schneiden? Das mache ich eigentlich nicht. Aber man soll ja keine Reisenden abweisen. Möchte ich aber auch nicht. Also, nee, nee, passt schon. Bis dann. Hey. Ich sehe mich. Kluger Mann. Sieht aber sehr nach Durchschnittswache aus, wenn ich ehrlich bin. Spielst du zufällig Gwent? Oh ja, das ist meine Leidenschaft. Möchtest du spielen? Allzeit bereit. Es kann losgehen. Zwei Spione. Sehr gut. Sehr gut. Ruben. Ba-bam, bababababab-u-! Ba-bam, bababababab Mm. Ba-bam, bababababam-! Ga-bam! Ba-bam, bababababensitive-. Ba-bam, bababababab DD! Ba-bam, bababababforBum! Ba-bam! Kraft auf 2 место! Eine kleine Pistete dann. vielleicht so weit��요. Sch Nem pistete bei... Ba-bam, sod erfolgreich! Sieht was auch trug UIwnie! Wir lassen ihn in der ersten Runde gewinnen, deswegen nehmen wir die 5er Karte. Dann lassen wir ihn gewinnen. Oh, der lassen wir. So viele Karten. Wann lassen wir das? Nee, lassen wir nicht. Zwei Karten investieren, war okay für den ersten Sieg und wir kriegen noch eine neue Karte dazu jetzt. Zwei Karte Zwei Karte Das tut dir aber jetzt weh. Das tut dir aber jetzt weh. Okay. 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 Easy gewonnen. Ho 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 ho. 196 versus 50. Uiuiuiuiui. Bravo. Ein überzeugender Sieg. Glückwunsch. So. Dann begeben wir uns mal auf ein Boot. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Oh. Oh. dass wir teleportieren können. Ja gut, dann fahre wir halt links rum. Ciri, Geralt ist unterwegs. Wir retten dich. Dich und dein Gesicht. Dich und dein schönes Gesicht natürlich. Was denn sonst? Ciri hat gar nicht so ein unhübsches Gesicht. Ciri ist schon eine hübsche. Trotz der Narbe. Aber ich finde auch Narben haben Charakter. Wo ist die Nebelinsel? Vielleicht da vorne in den Nebel. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht muss man durch diesen Bogen da durch. Hm. Ja. Achtung, speichere jetzt dein Spiel. Du näherst dich an einem zentralen Punkt der Spielgeschichte dann solltest du deinen Spielschirm jetzt manuell speichern. Ist was ernst? Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexerschaften... Auf geht's. Leute, wir werden endlich Ciri retten. Die Reflektionen sehen komisch aus. Die Reflektionen sehen, wie замut ist es nach der Fruchtfurt. Ah! Ich glaube, wir sind da. Gibt es ja eigentlich eine Karte für? Tatsächlich, es gibt eine Karte für die Nebelinsel. Aber keine Fragezeichen, oder? Doch, oder nicht, oder nein? Es gibt, glaube ich, keine Fragezeichen. Hier gibt es, glaube ich, keine, aber man kann nicht wieder zurückkommen. Das Flühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Verschlossen. Ist da jemand? Verdammt! Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen! Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein! Wie viele seid ihr denn da drin? Warum willst du das wissen? Machst du eine Volkszählung? Komm! Beim Dach meiner Mutter reicht euch zusammen, Juf! Du, da draußen vor der Tür! Geralt! Richtig? Ja, Geralt! Hör zu, Geralt! Kommen wir zusammen! Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Auf diese Insel gelangt man nicht auf gewöhnliche Art. Herr, hier ist ein Schiffbruch etwa gewöhnlich? Lass gut sein. Du weißt, was er meint. Lass es mich erklären. Vor kurzem waren wir auf dem Weg von Skellige nach Novigrad. Und Ferenc kam mit dem Kapitän ins Gespräch, der ihm ein magisches Glühwürmchen verkaufte, das angeblich den Weg zu einem Schatz kannte. Diese Unterhaltung wird langweilig. Hör zu, ich mache euch einen Vorschlag. Wenn das ein Dämon ist, dann will er uns überlisten. Ich bin kein Dämon. Ihr braucht mich nicht zu fürchten. Lasst es mich beweisen. Und wie willst du das tun? Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? Drei. Ivo, Gaspard und Ferenc. Dieser Ivo. Wo soll ich nach ihm suchen? Der Totler hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen. Lief sich nicht umstimmen. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gippe klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist da. Geschickt. Er dachte, er könnte separieren. Seetauglich machen. Also gut. Mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Diese Viecher hier, die Harpien, das ist unfassbar nervig. Aber wird schon, wird schon werden. Ich bin guter Dinge, ich töte die Harpien, kein Problem. Ich bin Rammstein, das hat System. Was war's ich? Keine Ahnung. Was du zu bieten hast. Die Sonne. Ah, die darunter will ich nicht. Und lass mich einfach in Ruhe. Da sind Jump-Schrullen. Oh mein Gott. Ah, die hat mich voll gekotzt. Frauen, ey. Ein Mensch. Wie schön, dich zu treffen. Das sind Zwerge. Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Du Glückspilz, du. Was mich raten. Weißt du, eine Sache bereue ich das. In der Hütte sind vier Zwerge und draußen sind drei. Verdammt. Schneewittchen mit den weißen Haaren und den aschblunden Haaren und die sieben Zwerge. Ist es das? Man hätte es ja auch immer gerne Schneewittchen. Oh mein Gott, Potato hätte ich nicht trinken sollen. Potato hätte ich nicht trinken sollen. Ich muss mich ein bisschen fassen hier. Ich muss mich mal wieder ein bisschen beruhigen. Hey, mach auf. Was ist das? Zurück ins Bett, lecker Maul. Wach auf. Was, was ist denn? Wer, wer bist du? Ich bin Geralt. Du und deine Freunde. Wer seid ihr eigentlich? Rabinick und Partner. Begutachtung von Grundbesitz, Versicherungen, Organisation von Großveranstaltungen. Gaspar Zotter. Beide Freunde nennen mich Schlafmütze. Ich habe sogar den Sturm verschlafen. Schlafmütze. Meine Schande, dass so viele gestorben sind. Gab es nicht auch bei Schneewittchen die Schlafmütze? Hast du hier zufällig eine Frau mit aschblondem Haar gesehen? Hier? Nein, keine Sterbenseele. Aber ich verpasse auch viel, weil ich ständig schlafe. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Ferenc und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Ferenc? Hab seinen Schrei gehört. Dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge. Ich halte dich wach. Dann gehen wir. Ah! Ah! Ich kann nichts machen. Tut mir leid. Mach auf! Schon gut. Nur noch ein kleines bisschen. Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Das ist ein kleines bisschen. Puh! Das ist gut, als es dich kann. Du packst uns. Das ist das eine Ergung. Was ist das, der stank? Oh, komm schon. Ich kann nichts machen. Tut mir leid. Mach auf. Schon gut. Nur noch ein kleines bisschen. Wir sind fast da. Steh auf. Was ist mit seinen Beinen los? Mit seinen Füßen? Oh mein Gott, Gaspar. Was für andere Probleme? Warum hat er diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Hm, das hat sich so ergeben. Willst du... Hier scheint es sicher zu sein. Komm aber wieder zurück. Und beeil dich, ja? Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Hm, das Spiel mir sagt, dass es hier keine Fragezeichen gibt. Es gibt hier nichts zu sehen. Sagt mir das Spiel ja gerade quasi. Komm schon. Aber warum heißen die Lieblinge hier Tangalore? Das verstehe ich nicht. Warum heißen die hier so? Was ist das für eine Welt, in der die Tangalore heißen? Interessant, ja? Ein Bier. Wollte vor dem Bier. Besser, ja. Die kurzen Beine. Er war zu langsam. Einer der Vermissten. Schade, dass er tot ist. Okay, dann kehren wir mal zur Hütte zurück. Auch wenn hier oben wieder so ein Liebling rumläuft. Aber meine lieben Freunde, was uns bei der Hütte erwartet, das erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dahin, haltet ihr uns steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.